Diese Folge wird gesponsert von Hero Systems. Für tolle Hardware-Angebote schaut dringend mal in der Videobeschreibung vorbei. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Shadowlands PvP. Die letzte Folge mit dem Frosty Car, die war so lala. Also ich hatte meinen Spaß, aber der Rest des Teams irgendwie nicht. Und wir haben verloren. Und das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen sind wir jetzt im Auge des Sturms und kriegen bestimmt noch mehr auf den Sack, weil ich wieder zu gierig bin. Spaß haben in einem Videospiel. Das reicht heute nicht mehr. Wir brauchen schöne Statistiken, um die auf Insta teilen zu können. Und deswegen werden wir hier jetzt auch straight in die Mitte gehen und den Allis so richtig zeigen, wo hier der Eishammer hängt. Oh, die Leute haben Bock, ne? Die sind auch heiß, hör mal. Gucke da, mit den Gleitern gleich nach vorne. Sehr, sehr schön. Aber die Allianz, sie rennt da auch mit den Urtum-Mounts. Der Marsch der Inns, Freunde, befreit den Fluss. Gen Isengard soll es gehen. Mal sehen, ob den das hier bringt, auf dem schönen Mount aufzusitzen. Ich bin gespannt. Der wird gleich reingesprungen. Wir machen das mal so ähnlich. Erstmal Syndragosa drüber brettern und dann hoffen, dass wir hier jetzt nicht gleich runterfliegen. Wir haben auch einige Heiler dabei. Ja, wir stunnen mal gleich noch hinterher. Ich glaube, wir werden hier nicht lange stehen. Oh, 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 ich versuche mich mal so leicht aus der Affäre zu ziehen, weil da kurz mal durchmarschieren und die Heiler fokussen, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber wenn ich den da sehe und den jetzt mal rausziehe, hör mal. Leute, hier, das ist ja Shami hier, aber der wird auch getoppt und protected von seinen Leuten. Holy fuck, ja. Und damit habe ich leider gerechnet, dass das zeitnah passieren wird. Das ist immer die Scheiße in der Mitte. Das ist einfach die Scheiße in der Mitte. Entweder du gehst rein, bam, und rasierst. Deswegen bin ich auch beim Engage gleich auf unaufhaltsamer Tod gekommen. Wenn wir die Fähigkeit aktiv haben, dann sind wir immun gegen Kicks und irgendwelche Randzieher- und Wegstoßeffekte und so. Auch mega geil im Raid, ne, bei diesem Mittlerboss. Macht immer mega Laune. Und ich glaube, wir gehen erst mal die Basis holen, weil das ganze BG entwickelt sich gerade genauso, wie ich es in meinen schlimmsten Albträumen erwartet habe. Und ach du Scheiße werde ich hier verrecken, bin Sekunden. Was ist denn das schon wieder? Ciao, Leute. War echt schön mit euch. Also, ja, da kam noch irgendwie ein, so ein Sühnenblitz geflogen, ne. Da dachte sich der Heiner, ey, geil, der Bruder droppt in Sekunden von 100 auf 0 runter. Da werde ich jetzt mal gleich mit reinspringen, statt irgendwie in der Mitte zu eskalieren oder so. Das ist natürlich sehr löblich, aber das hilft uns so jetzt erstmal nicht weiter. Und Freunde, wir brauchen Basen, ne. Hat hier keiner irgendwie mal einen Fancy Gladimount oder diese bekackte Spinne oder ja, wenigstens irgendwie Keystone Master gekauft, dass man sagen kann, jo, wir eskalieren jetzt mal und wenn die unsere Basis holen, dann holen wir eben deren. Ja, das ist ja immer ein Geben und Nehmen im BG. Und mich wundern, dass sie jetzt erst die Mitte haben, weil wir haben echt verschissen. Ja, wir haben echt verschissen. Bei uns habe ich nicht gesehen, dass irgendwer mal runtergestoßen wird oder noch ein Heiler ranzieht und nachzieht und so. Nö, also da hielt sich das insgesamt in Grenzen. Deswegen richtig schön beschissener BG-Anfang, ja. Wenn Montag ein Schlachtfeld wäre, dann wären wir auf jeden Fall hier mit dabei, aber so ist es manchmal. So ist es manchmal. Du suchst das Ehrenwerte 1 gegen 1, kriegst ein Ehrenwertes 1 gegen 3 und bist im Dauerstun, während die Schorken eskalieren, ja. So ein Monster Energy Cap tragen und dann richtig schön mit vollgesotchten Chips Fingern einfach über die Tasten gleiten und dich massakrieren wie Filet-Tieren gleichermaßen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich hier genau gerade beobachte. Die Flagge wurde fallen gelassen. Der Fight hat sich jetzt verlagert. Die Allis kämpfen aber auch in der Mitte, haben da so ein paar Zelte aufgestellt, schöne Picknickdecker ausgebreitet. Ey, kein Plan, was sie machen. Wisst ihr, was wir jetzt tun? Meine Statistik ist eh im Eimer. Wir gehen jetzt da mal rüber. Wir gucken mal, was bei den Ruinen so los ist. Na klar, moin. Prost Mahlzeit, liebe Freunde. Da stehen jetzt bestimmt auch 30 Schorken und 20 Ruinen, aber vielleicht sind alle in der Mitte. Vielleicht sind wir jetzt der größte Held der Horde. Leute, ich bin's. Grommasch, Höllschrei. Wer will was machen? Ey, und hier ist echt keiner, oder was? Der ist einfach mitgekommen und denkt sich, yo, Bro, den Ruhm, den gönne ich mir auch. Wie als zwei Todesritter, ne? Ich so auf dem Wolf, ey, auf dem Todeselementar aus der Hülle. Und ich weiß nicht, was hier passiert, ey. Ich hab keinen Plan, wie sich das BG entwickelt, ne? Langsam hier unten Richtung französische Flagge bewegt sich da die Leiste. Aber, ey, es ist einfach kackenlame, was auch gerade abgeht, ne? Weil, was ist das hier? Weißt du, erst werden wir in der Mitte beömmelt bis zum Gehtnimmer und dann halbe Stunde ohne Fight, oder was? Und hier kommt doch gleich ein Schorki. Wo ist er denn? Da? Ne, das wär's jetzt gewesen. Basis ist auch eingenommen. Also, die müssen ja jetzt reagieren. Ich meine, die lieben die Mitte anscheinend. Ich weiß nicht, da ist ja auch so ein Loch, wo die Flagge eigentlich drin steckt, ne? Vielleicht stecken die bei anderen Sachen rein, die Stinkebiber. Ah ja, da kommt der Schorki, die engagiert auf unseren Kollegen. Hältst du das aus, Bro? Oder wird er uns jetzt beide zerlegen? Ist Täuschung, ne? Der bürstet jetzt erstmal böse rein, aber wir können dann ja auch zurückbürsten und sagen, guck mal hier, jetzt gibt's erstmal zurück in die Phrase. Keiner hat den Bersibuff geholt, ne? Das finde ich auch richtig mystisch gerade. Man, der Schatten ist an. Wir ziehen mal gleich noch ein paar CDs hier mit rein, um auch den Kollegen zu retten, weil da kommt ja doch auch AOE, der uns hier mit betrifft. Teilen uns gleich mal gegen, bevor die ja, äh, bevor wir leichtes fressen. Für den Schorken sind nochmal Syndra Gosa mit drüber. Boah, ne, das Feierabend, ne? Scheiße, wie die uns zerlegen. Und es ist einfach ein DH-Tank. Es ist ein DH-Tank und der Schorke ist einfach Mr. CC. Ich kam, sah und stunte, denkt er sich. Ne, wir können auch mal probieren. Jan Gesu mit rein, bisschen Opferpack. Ah, du Stricher, da guckst du, ne? Mr. Stunboy am Arsch hier. Komm, auslöschen, kriegst du jetzt in die Fresse. Not even needed. 300 Stunden CD, einfach weil keine Huhn. Maximale Ehre und zum Glück kamen unsere Leute hinterher. Den Stunboy jetzt einfach auch, dass der sich hier keine Huhnfragmente oder Seelenfragmente oder was auch immer noch reinpfeifen kann. Und da ist der Schorke schon wieder, oder was? Oder ein anderer, ey. Weil das geht eigentlich bei deren Schorken, Mann. Was ist mit den Eule auch noch? Holy Shit, es ist ein verdammtes Schlachtfest, was hier abgeht. Aber wir konnten gerade gut mit Selfie und so überleben, ne? Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Hauen wir den Nebel noch mit rein. Der Dudu will da rum CC'n. Gehen wir da noch ran. So, du fliegst auch raus. Jawohl, Todesstoß. Da kommt Todesstoß-Proc. Jawollo. Und hinterher, ja, das heißt nicht umsonst so, du Stricher. Ja, wir haben sogar mal auch einen Kill bekommen, Leute. Es ist doch wirklich schön, als ob wir jetzt diese Basis verteidigt haben. Ey, ich raffe überhaupt nicht, was dieses BG ist. Der Tank, der frisst da hinten ein paar Meisketten mit runter. Die vergesse ich immer, Leute. Ah, die vergesse ich immer. Im PvP haben wir hier oben, das tickt ja wunderbar hoch, ne? Und wenn das ordentlich hochgetickt ist, das war, glaube ich, ein Lego-Trade auch zu Legion, dann machen Eisketten einfach viel, viel mehr Schaden. Und das ist mega geil. Das können wir an dem Heiler jetzt mal testen. Pass auf, wenn wir da rankommen. Und jetzt sagen, Bäm, Eisketten. Geil, haben wir denn jetzt echt KS mit der Scheiße? Fuck, ich habe nicht auf die Kids geschaut. Aber ich hoffe natürlich nicht, ne? Ich hoffe, die, die da auch wirklich gerade gute Arbeit geleistet haben mit Blitzlass-Oranges dann und so, ich hoffe, die haben das wunderbar reißen können. Ja, gerade sieht es ganz gut aus, ne? Drei Basen und die Flagge, die kommt sogar zu uns hier. Ey, und wir haben das einfach eingeleitet, ne? Wir haben das initiiert, könnte man sagen. Weil wir waren ja der geile Typ, der gesagt hat, ey, Leute, ich reite jetzt hier random mal rein. Kann sein, dass Scheiße wird. Aber wurde ganz geil. Noch ist das Ding natürlich nicht durch, weil die Allis haben nach wie vor Bock, ja? Alleine das hier schon wieder so ein Stinke, die harte... Geil, Eisketten, ja, let's go! Das hier so ein Stinkender, die Hardtank schon wieder rumgoffelt, ne? Da kommt mir die Galle hoch, wirklich auf Wiedersehen. Sehr schön. Nur das mit dem KS, das muss ich auch nochmal üben, ne? Und von euch nimmt jetzt keiner die Flagge? Ey, was geht denn hier? Ich kann ja wirklich dauerhaft einfach kommentieren, was ich hier sehe, weil nur seltsame Dinge geschehen. Ja, Leute, ich nehme die jetzt, ne? Und wir gehen da rüber. Ja, wir halten nämlich die Basis, die wir hier schön erobert haben, ne? Und der Anfang war echt übelste Pisse, ja? Also so richtig Pferdepisse im Strahlbaden, die dich so gegen die Wand drückt. Ja, du kommst nicht mehr raus und es tropft aus den Augen. Oder richtig, Alter, es brennt, ja? Und jetzt ist irgendwie so, hm, das positive See. Ja, irgendwie ist ja das Ganze auch schön warm gewesen. Auch das ist unangenehm, Leute. Ihr müsst mich retten, komm. Oh, shit, ich habe nichts. Ich habe nichts, Alter, holy shit. Und kein Schwanz in der Nähe, um mal irgendwie gegenzusitzieren oder irgendwas zu machen, ne? Da war der Krieger mit seiner Bastionsrüstung denkt, ja, ich charge mal. Oh, der Schorke weicht aus, aller Scheiß, wenn der Dicke ist tot, hat er sich gedacht. Und er ist immer noch dran, ne? Guck, schön mit Verurteilen hier hinterher. Schön den Schorke durchs halbe BG jagen. Ja, sie haben es geschafft. Ey, ich hatte nichts, ne? Ich hatte nichts, Junge. Der Schorke kommt aus den Schatten, denkt sich wieder, hm, schön die Chips flossen, Junge. Bam, auf die Tastatur gehauen. Schattentanz, Schattenklingen, Schattenanus, ja? Und einfach mit seinem ausgefahrenen Rektum hat er mich gefesselt und stranguliert. Ey, das war echt böse. Wir liegen in Punkten, aber noch vorne, haben nur keine einzige Basis mehr. Ey, Jungs, ich war einmal in der Mitte, ne? Einmal habe ich kurz in die Mitte geguckt. Und dann falle ich um, weil so ein Schorke sich denkt, ey, Bruder, ich bin Balance, ja? Ich zwinker zweimal, so Ivankov auf Crack, ja? Und dann fliegst du hier aber sowas von Richtung Shadowlands. Was ist denn mit dem eigentlich? Wollen wir denen sein Abzeichen mal klauen? Komm, die drei Silber, die gönne ich mir aber gerade, ja? Wir hatten ein paar gute Aktionen, muss man sich auch mal gönnen. Und jetzt ist hier totale Eskalation. Ne, wenn ich den Drachen schon sehe, ah, ah. Ah, ah. Reite schön woanders lang. Auf dich habe ich so gar keinen Bock, Junge. Wenn ich diese Mounts sehe, ey, dann weiß ich, nee, komm. Du hast eine geile Zeit, da bin ich mir sicher, aber ohne mich an der Stelle. Und der Fight hier ist doch auch Müll. Der Fight ist doch komplett Müll. Da vielleicht den Heiler, aber, nee, das ist, nee, Leute, das ist komplette Scheiße. Die kiten uns jetzt hier raus, haben dann 30.000 Basen. Und wir kämpfen dann sieben Jahre lang gegen die Heiler, bis wir vielleicht mal einen kaputt bekommen. Das ist einfach Pisse. Das ist wieder komplett Pisse. Ja, die ist jetzt auch abgekühlt. Und draußen sind Minusgrade. Wir haben jetzt Eiszapfen, Pisse aus der Nase raushängen. Und wir müssen mal was machen. Die Basis da drüben hat auch keinen Bock, irgendwie unsere zu werden. Die Fight-Position hier ist immer noch scheiße. Ey, es ändert sich auch gar nichts hier gerade, oder? Soll ich mal rückwärts reiten irgendwie? Drehen wir dann die Zeit ein bisschen um? Aber, nee, das reißt auch nicht wirklich raus. Kein Plan, was wir gerade machen sollen. Da drüben wird gefeitet. So, da ist was los. Da gucken wir mal hin. Und ihr müsst die Basis auch einnehmen, ne? Leute, so langsam muss das mal wieder unsere werden. Wir brauchen nämlich Punkte, die Alice holen auf. Was ist das für eine knappe Scheißrunde? Ich dachte, wir haben das jetzt richtig geturnt, ne? Und die Alice, komplett demoralisiert, wie sie sind, werfen jetzt die Flinte ins Korn, schmecken das eisenhaltige Brot danach, ja, auf der Zunge, auf den Lippen. Und die Alice so, nö, Bruder, gar keinen Bock. Also wir hauen lieber jetzt erst so richtig auf die Kacke, ne? Ey, und ich muss hier erstmal warm werden. Und der zerlötet mich hier schon wieder komplett. Was ist das? Und der andere geht schön auf den Tank-DH, oder wie? Ey, was ist das? Was ist das, Bro? Als ob du den Tank-DH-Gefokus hast. Das ist doch nicht dein Ernest. Das ist doch nicht sein Ernest jetzt gerade, oder? Oh mein Gott, Bro, da ist ein Krieger. Lass doch lieber den Krieger töten. Holy shit, das kann doch nicht sein Ernst sein. Mann, sowas macht mich echt fertig. Oh, ein Krieger mehr Selfie als ein Paladin. Man kennt ihn. Eisketten noch mit drunter kommen. 70.000 Dots müssen wir noch ein bisschen spreaden hier. Jawollo. Und ich bleibe erstmal beim Todesstoß, weil ich habe ein bisschen Schiss auch über den Kleeve hier komplett in die Fresse zu kriegen. Ja, wir haben es hinbekommen. Geil. Unser Pally hat es gesehen. Er hat sich gedacht, yo, hier der DH. Der ist auf Tank-Spec, das ist nicht so geil. Problem ist, der lebt halt so fucking lange, dass gleich der Spawn kommt. Und dieser Fight hier auch kompletter Müll ist. Da kommt Verstärkung. Ja, Leute, leider ein bisschen sehr viel später als eigentlich erwartet. Und die kommen ja jetzt auch nur, weil sie alle anderen Basen anscheinend schon wieder an Unterzahl und Co. verloren haben. Was ist das jetzt hier? Wer... Leute, wenn ich mich selber sabotieren will, dann schieße ich mir ein Loch ins Knie und gieße Tinte rein. Was war das gerade? Ey, das war gerade die Chance, den zu killen. Und irgendwer denkt sich, oh, Bruder, ich packe den jetzt mal in CC, ne? Damit er immune ist gegen jeglichen Schaden, sodass wir in dieser Zeit seine eigenen CDs wieder ready werden und wir dann dastehen wie die letzten Sackratten und gleichermaßen Vollidioten, ey. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Das ist ja irgendwo Mastermind, ne? Weil damit rechnet nicht mal dein eigenes Team. Und dann ist der Gegner natürlich noch mal verwirrter. So, Freunde, und wir brauchen jetzt Druck hier. Wir müssen jetzt richtig auf die Kacke hauen. Nichts mit Lari, Fari, Schickimicki. Wir müssen Flaggen holen. Wir brauchen Basen. Das muss jetzt hier hintereinander. Bam, bam, bam. Weiße Gatlingern. Nicht irgendwie in der Mitte anfangen auf einmal, ach ja, schönes Wetter, wir zwergen. Wir müssen jetzt hier richtig deffen und dann bam den Erfolg vom Deffen, den wir jetzt hoffentlich hier zu verzeichnen haben. Obwohl das gerade überhaupt gar nicht so aussieht. Ich glaube, ich verpisse mich, ne? Da kommen direkt die Konvokationen, Junge. Mal gucken, ob ich das überlebe. Das ist ja das Einzige, womit der Dulu Schaden machen kann. Oh, da müssen wir gucken, dass wir andere Basen kriegen. Da drüben. Ein Hexer steht im Walde, ganz still und stumm. Hat vor lauter Defense die Fleischformung um, Leute. Das sind die Lieder, die wir brauchen dieser Tage. Ich komme hier an, hab 50% Leben, ne? Halbe Konvokation vom Dulu erstmal Insta-Dead, Junge. Crazy Shit. Ja, und das Ding ist einfach vorbei, ne? Wir haben es schon wieder verloren, Leute. Ich muss es euch sagen. Zwei BGs in Folge einfach auf den Deckel bekommen und die hätten wir durchaus gewinnen können. Ja, ich meine, das ist immer so eine Aussage. Klar, wir hätten das gewinnen können. Ja, wenn jetzt jeder irgendwie Gladiator in meiner Gruppe gewesen wäre, dann hätten wir das gewinnen können. Wenn das ganze Gegner-Team deciert, das hätten wir gewinnen können. Aber wenn wir auch nur die ein oder andere total dumme Aktion gelassen hätten, ne? Dann hätten wir das auch gewinnen können. Und hier devt tausendprozentig der Schorke. Wo ist er? Komm, du Ratte. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, du willst es auch. Oh nein! Er ist wirklich hier? Oh nee, ey. Das ist doch nicht sein Ernest, dass der sich denkt, oh, Bruder, hier eine Handschuhe wieder in der Schimpstüte und der DH. Wollt ihr mich verarschen? Seid ihr irgendwie ein Pärchen oder so? Seid ihr irgendwie ein Pärchen? Und wer die meisten Kills am Ende hatte, kriegt den Strap-On heute Abend? Oder? Hä? Was ist das schon wieder? Das ist ja anders abartig, was die Kollegen hier veranstalten. Mann, und euch kann ich doch unmöglich jetzt machen. Euch kann ich... Oh, warte, der Schorke, der frisst. Ich habe nichts gesagt. Oh, Junge, der kriegt richtig in die Schnauze. Komm raus! Komm zurück! Nein, der ist verschollen. Der kommt nochmal. Aber du störst doch an den Dots, Bruder. Stabiler Engage von ihm. Denkt sich der DK. Dem gönne ich jetzt aber noch einen Kill auf die letzten Meter. Eisketten! Bam, Junge! Da kamen sie! Ey, Leute, aber ganz ehrlich, es waren irgendwie seltsame Runden. Ich hätte uns hier den Sieg gegönnt. Ich fand, da waren echt geile Aktionen dabei. Sogar von mir selber mal. Das freut mich natürlich, ja. Aber, äh, puh, ich hatte auch so Spaß. Das war auch ganz geil, ne. Man muss ja nicht immer gewinnen. Bin mir sicher, der ein oder andere ist ganz froh, dass ich auch mal eine Niederlage hochlade und dann noch eine und dann noch eine, ne. Und dann verrecke ich. Dann habe ich wieder mehr Tode hier als Kills. Jogi, ja, weil sie die letzten drei Sekunden nicht gegönnt haben. Das gibt's doch gar nicht. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch zum Gesamtbild ein besserer Beitrag. Ne, zu sagen, okay, guck mal. Die Runden sind auch einfach Aids. Ich meine, PvP ist einfach Aids. Da müssen wir ja gar nicht diskutieren. Sämtliche Geschlechtskrankheiten, die es gibt, ja, sind einfach in diesem BG hier vereint worden. Aber ich hatte Spaß. Leute, darauf kommt es an. Ich hoffe, eure BGs sind auch erträglich. Durch geile Plays, durch geile Siege oder eben durch einfach Spaß an der Sache. Und die nächste Runde, bei aller guten Dinge sind drei, da wird wieder richtig bam, Junge, in die Fresse. Wir gehen jetzt nämlich auf unheilig. Und er wird hier rasiert, gegen den Strich, mit Seuchen und Ghulen und mehr. Ja, bis dahin. Haut rein. Tschau. Jawuls. Jess. sllä.